Wir drehen heute das Wölfe Video und zuallererst müssen wir den Berg hier hoch. Das ist glaube ich die schwierigste Aufgabe des ganzen Tages und dann kann es eigentlich schon losgehen. Na habt ihr schon Spaß? Mega! Klasse! So wie ein Herr der Linge. Die Gefährten. Hier im Hintergrund wird jetzt die erste Szene gedreht. Der Vater Wolf schickt seinen Heer in den Kampf und verfolgt den Schäfer August, den ich spiele. Deswegen habe ich auch den beschissenen Hut auf. Heute ist übrigens der voraussichtlich heißeste Tag 2012 und die armen Statisten müssen jetzt hier mit diesen Fellmasken und Anzügen rumrennen. Brauchst du einen Sprudel? Nee, gerade nicht, danke. Mir ist kalt. Haben wir extra schick gemacht. Alles ist witziger mit Zirkusmusik. Ich habe mal coole Stellen entdeckt, wo wir nachher was machen können. Aber ihr macht es super. Das sieht schon wirklich gut aus. Kann es kommen. Und die Wölfe? Ich muss sagen. Das ist super. Ganz schlecht mein Sieg. Aber das sieht bestimmt gerade aus. Ich bin schon mal ganz überheblich da. Telefonierst. Du bist der coolste Typ. Sieht aber echt bescheuert aus. Ja, irgendwie schon. Sieht so, als ob ihr jetzt ausrollt. Ja gut. Ist gleich ernst oder erst mal testen. Aufgenommener Test. Okay. Und Action. Sound. Atmen. Ja gut.